Aber so ist Gott. Nun möchte ich ein Wort mit euch lesen. Ich habe so heute Nacht gedacht, wenn das meine letzte Predigt wäre, oder wenn ich wüsste, das ist meine letzte Predigt. Wenn ich wusste, dass es meine letzte Predigt ist, dann würde ich wahrscheinlich diesen Text nehmen. Es gibt nichts Wichtiges, denn es gibt nichts Wichtiges, als dieser Text, als dieses Text, das Buch von Judas, auf Seite 222. Ich habe diese Texte 186. So, dass Sie schneller finden können, dass Sie schnell finden können, nur ein ganz kleiner Brief, da reicht es nicht mal zu Kapiteln, nur zu Versen. Там даже нет глав, там только стихи. Lesen wir mal die ersten drei, vier Verse. Давайте wir прочитаем первые три, четыре стихи. Habt ihr gefunden, Judas? Нашli, да, послание Judas? So vor der Offenbarung. Но niedaleko от Отkровения. Und so ein Stück nach Mose. Ich werde после Boutier. Ja. So leicht zu finden. Легко вообще nicht. Judas, Knecht Jesu Christi. Judas, Rab Jesus Christi. Bruder aber des Jakobus, an die Berufnen, die in Gott, dem Vater, geliebt. Brat Jakoba, призванным, который освященный Богом Отцом, geliebt. Und so hat. Und so hat. Und so hat. Jesus Christi. Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Milostvam und mir und Liebe da umnöżatze. Vers 3. 3. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 10. 10. 11. 11. 14. 11. 13. Heute hat schon jemand zu dir mich begrüßt. Ja, sagst du, mein Spiegel hat das auch schon gesagt. Aber sonst noch keiner. Gut, dass du hierher gekommen bist. Und dass du hören kannst, was du bist, dass du geliebt bist. Frag mal deinen Nachbarn, ob er weiß, dass du geliebt bist. Dann, wenn du das weißt, dann behandle mich auch so. Wenn du geliebt bist. Du siehst viel schöner aus, wenn du lachst. Ja, das ist wichtig, dass wir wissen, wie wir angesprochen werden. Dann können wir besser ertragen, wenn man uns die Wahrheit sagt. Denn dann ist es einfacher, wenn wir uns die Wahrheit sagen. Ich habe ein großes Anliegen. Ich habe ein großes Anliegen. Was fehlt dir? Was brauchst du? Ein großes Anliegen. Wer ist dieser Judas? Das ist ein Bruder von Jesus. Das ist ein Bruder von Jesus. Der hat bei Josef und Maria zusammen gelebt. Und noch ein paar Brüder und ein paar Schwestern. Und ich denke, manchmal Judas erzähl uns mal. Wie war Jesus? Als ihr gefrühstückt habt. Hast du gerätない, Unity? Da hat er geoffen, den Tisch abdeckt. Ein mittel Home żeby Continue zu不niere. Hat sie gespürt haben und dann machen? Ja, was ger sequent完. Wie lang bist duma? Wie hat er geschlafen? War er freundlich? Ich hätte so viele Fragen. Wie war Jesus? Wir haben zusammengebracht. Kannst du mir erzählen, wie deine Schwester ist? Kannst du mir erzählen, wie dein Bruder ist? Machst du nicht. Sagst du, ich könnte etwas über Papa und Mama erzählen. Ich könnte etwas über Mama und Papa erzählen. Und Judas schweigt dazu. Und Judas über Jesus schweigt. Wie viele interessante Fragen hätten wir an Judas über Jesus? Oder, ich bin mein Bruder von Jesus. Ich bin verwandt mit ihm. Das ist mein Bruder. Mein großer Bruder. Mein ältester Bruder. Самый старший Bruder. Ja, ich war auch der älteste Bruder. Ich war auch der älteste Bruder. Und die kleinen Schwestern haben gesagt, pass auf, ich sage das meinem Bruder. Und die mldische Sästrichin sagten, ich sage, ich sage, ich sage Brat. Ja, ja, ja. Oho. Jesus war der ältere Bruder. Jesus war der ältere Bruder. Und der schweigt über Jesus. Und er schweigt über Jesus. Was hatte Jesus? Braune Haare oder schwarze Haare? Какие волосы у него были? Черne oder korичневые? Blaue oder grüne Augen? Sиние или зеленe глаза? Das muss man wissen. Das muss man wissen. Ich hörte eine Schwester. Sie hat gesagt, ich habe Jesus gesehen. Sie hat gesagt, ich habe Jesus gesehen. Solche blauen Augen gibt es nicht noch einmal. Такие синye глаза nicht повторяются. Und wer da nicht einverstanden ist, der hat Jesus nie gesehen. Der kennt Jesus nicht. Der kennt Jesus nicht. Und wer da nicht glaubt, hat Jesus noch nie gesehen. Und was ist die Wahrheit? Und warum steht da nicht geschrieben, wie groß Jesus war? Und warum steht da nicht geschrieben, wie viele Kilometer er gewogen hat. Wie viele Kilometer hat er gewogen? Wie viele Kilometer hat er gewogen? Oder hat er immer gefastet? Oder hat er immer gefastet? Oder hat er immer gefastet? Und war mager, nur knurig. Und war худой, nur kostet. Das sind doch alles wichtige Fragen, oder? Das sind doch alles wichtige Fragen, oder? Wir könnten doch eine neue Religion aufmachen. Wir могли бы открывать новую веру. Aber darüber schweigt Judas. Но об этом Judas молчит. Könnte uns das erzählen? Может er нам рассказать? Aber er hat's nicht. Но он не рассказал нам. Also scheint das nicht wichtig zu sein. Кажется, это неважно. Ich habe mal einen guten Satz gehört. Was soll man machen mit einem Thema, zu dem die Bibel schweigt? Was ist die Antwort? Auch schweigt. Auch schweigt. Amen. Amen. Wenn die Bibel schweigt, kannst du auch schweigt. Wenn die Bibel über die Bibel schweigt, dann kannst du auch wirklich schweigt. Aber einige haben am allerliebsten zu dem Thema ihre Meinung. Aber einige haben am allerliebsten oder ihrer Meinung. And die Bibel über die Bibel nicht sagt. Was liebe es mir ein großes Anliegen. Und ein Schreiberling war Judas auch nicht. Judas war auch nicht ein starker Mensch, der schrieb und schrieb immer längere Briefe. Und Judas hat nur einen kurzen Brief geschrieben. Aber er sagt, das ist wichtig, ich muss euch das schreiben. Aber er sagt, das ist wichtig, ich muss euch das schreiben. Judas, was ist dein Problem? Wenn wir Zeit hätten, würde ich euch Papier und Bleistift geben. Und würde sagen, was ist euer größtes Anliegen? Und sagen, напишите, was ist eure größte Anliegen? Geld, 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 Dollar, Ruhe. Wenn wir das hätten, dann hätten wir alles. Musik, Instrument, Transport, Gehalt für Mitarbeiter, für all die hellen Mitarbeiter, 어머, mein Gott, verdienst mir. Господи, Gott, verdienst mir. Was ist dein großes Anliegen? Was ist dein großer Anliegen? Ich bin in viele Gemeinden gekommen, ich bin in viele Gemeinden gekommen, was ist eure Problem? Und ich spiele, was ist eure Problem? Wir haben keine Jugend. Mälder nicht. Ich sage, das stimmt nicht. Вам fehlt keine Jugend? Вам fehlt nie Mälder? Вам fehlt Mälder und Mütter? Вам fehlt Mälder und Mälder? Dann hättet ihr Kinder. Dann hättet ihr Kinder. Und dann hättet ihr junge Leute. Aber Paulus schreibt, man hat mehr Zuchtmeister. Aber Paulus schreibt, es gibt mehr Zuchtmeister, die mit einem Stock anstatt Väter und Mütter, als Eltern und Mütter. Was ist euer Anliegen? Was ist euer Anliegen? Oh, wir brauchen eine Kirche. Und nun frag ich Judas, was ist dein Anliegen? Ich spraue, dass du dich hinsetzt und schreibst, dass du dich hinsetzt und schreibst, und man kann sehen, dass du nicht sehr gewohnt bist zu schreiben. Und man kann sehen, dass du nicht sehr gewohnt bist zu schreiben. Was ist dein Großes Anliegen? Und was ist dein Großes Anliegen? Und du sagst, ich mag es gar nicht sagen. Er sagte, ich mag es gar nicht sagen. Er sagte, ich mag es gar nicht sagen. Er sagte, ich mag es gar nicht sagen. Die sind korrupt. Da sind Leute reingekommen, die nicht bezahlt haben. Die sind drin. Die sitzen mitten oben drauf. Die sind nicht durch die Tür gekommen. Die Türwächter, die da standen, die wussten, wen sie reinlassen dürfen und wie nicht. Da kamen einige. Da kamen einige. Und die waren auf einmal drin. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Wie sie auf einmal regieren sogar. Wie sie sogar jetzt rollen. Sie haben sich eingeschrieben. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und das ist ein Problem. Von unserem gemeinsamen Heil zu schreiben. Und das ist ein Problem. Für den. Das sind die schlimmsten Leute. Das sind die schlimmsten Leute. Nein. Aber die glauben. Das sind die glauben. Ja. Die sagen Gott sei Dank. Sie sagen, dass er Gott sagt. Sie sagen, dass er Gott sagt. Er sagt, dass er Gott sagt. Er sagt, dass er Gott sagt. Nein, er sagt, er kämpft für die Glauben. Menschen, die für Glauben kämpfen. Deniz, oh vaga, oh vaga. Das sind solche Fanatiker. Die sind nicht zufrieden, dass Leute glauben. Die sind nicht zufrieden, dass Leute glauben. Die sagen noch, du musst richtig glauben. Aber sie sagen, dass sie richtig glauben müssen. Und was ist das richtige Gefühl? Jeder hat seine Glauben. In unserer Zeit ist eine neue Religion. In unsere Zeit ist eine neue Religion. Das ist Toleranz. Man muss Toleranz. Man muss Toleranz. Wer gebildet ist, der ist nicht Fanatisch. Der ist nicht Fanatisch. Toleranz. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Du erzählst, ich habe mich bekehrt. Du erzählst, ich habe mich bekehrt. Du erzählst, ich habe mich bekehrt. Gott hat mich getauft, dem Heiligen Geist. Gott hat mich getauft, dem Heiligen Geist. Ich rede neuen Zungen. Ich молюсь auf neuen Zungen. Ein toleranter Mensch. Ein toleranter Mensch. Der lacht nicht. Der schreit nicht. Der schreit nicht. Er sagt, wie schön ist es. Er sagt, wie schön ist es. Wie schön ist es. Für dich ist es. Für dich ist es. Aber so und so erleichtert. Aber so und so erleichtert. Gott nicht. Ich glaube an Allah, an Mohammed. Ich glaube an Allah, an Mohammed. Ich glaube an Allah, an Mohammed. Ich mache Meditation. Ich mache Meditation. Ich mache Meditation. Er sagt, wie schön ist es. Wie schön ist es. Für dich. Räte dich. Viele дороги führen nach Rom. Mache дороги führen nach Rom. Es gibt kurze wege. Es gibt kurze wege. Es gibt schwierige wege. Es gibt schwierige wege. Es gibt schwierige wege. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Wenn die Leute auf den kniehen. Die treppen hoch sind. Wenn die Leute auf den kniehen. Und auf jeden Fall. Been auf jeden Fall. Ein Vater unser oder eine Ave Maria. Und auf jeden aoolen. Und auf jeden Fall. Der Herr Unbe melhoriert. Doncet ihr vom Bl perceive oder Aposte ourcin. Räte wird unser wahr. Wenn sie oben angekommen sind. Wenn sie auf den vierten выше. Dann nimmt ihre Reine und ihre Ketten. Und gebt das der Maria. Dann сним Afring. Und Julat zweit die Gesangанием. Und ihnen dreht über dem Maria. Das ist schön für sie. Das ist für die, die die Kassierer sind. Also für diejenigen, die die Kassierer sind. Nein, sagt Judas, kämpft für den Glauben. Ja, für den Glauben. Das ist für die Kassierer. Das ist unsere Kassierer. Nein, die Baptisten sind. Die Pravorschläge. Und die Muslime glauben so, dass sie den gläubigen Christen die Köpfe abschillen, dass sie den gläubigen Christen die Köpfe abschillen. Einen unserer jungen Mitarbeiter haben sie den Kopf abschillen. Einen unserer jungen Mitarbeiter, ihn bezoglief, weil er die Bibel nicht weglegte. Weil er die Bibel nicht weglegte. Er kämpft für den Glauben. Welche Glauben? Welche Glauben? Ich weiß nicht. Glaub, was du willst. Aber Judas, sagt uns genau. Er sagt uns genau. Er kämpft für den Glauben. Und ich möchte, dass alle, alle Prediger und Evangelisten und Verkündiger und Lehrer jetzt genau aufpassen. Und ich möchte, dass alle Prediger und Lehrer jetzt sehr внимagte, dass alle Prediger und Lehrer jetzt sehr внимagte, dass alle Prediger und Lehrer jetzt sehr внимagte, Und wir kämpfen für den Glauben. Und wir kämpfen für den Glauben, die der Heiligen ein für alle Mal übergeben wird. Ein für alle Mal übergeben wird. Ein für alle Mal. noch mal, ein Mal, раз für immer. Slyst du? Und die Frage ist, welchen Glauben habe ich? Welche Glauben habe ich? Wem ist er gegeben worden? Kommen die Glauben haben? Wer, wer, wer ist der Grunder dieses Glauben? Es gibt eine Glauben, die ein Mal, für immer übergeben wurde. Jetzt muss ich aber suchen. Ich habe diesen Glauben, ein Mal übergeben, wann ist er übergeben worden? Wann war das? Das war zu Pfingst. Das war zu Pfingst. Nicht dieses Jahr. Nicht vor zehn Jahren. Nicht vor zehn Jahren. Nicht vor zehn Jahren. Vor hundert Jahren haben wir Pfingstler die Glauben. Was ist übergeben worden? 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 Dianie 2. 38. Da waren Juden, die waren stolz. Unsere Vater ist Abraham. Wir gehören zu Abraham. Wir gehören zu Abraham. Wir gehören zu Abraham. Das ist unser Vater. Und dann fragen sie, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ihr wollt gerettet? Ich denke, ihr seid Abrahamsam. Ihr seid auch jungen. Ihr seid auch jungen. Was wollt ihr? Что ihr wollt? Wir möchten gerettet werden. Wir wollen gerettet werden. Ihr seid nicht gerettet. Ihr seid nicht gerettet. Aber ihr habt doch Abrahamsam. Aber das heißt nicht. Das ist nicht. Wir fühlen unsere Sünde. Wir fühlen. Wir fühlen. Wir sind verloren. 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 Schau. Das war der Anfang. Schau. Das war der Anfang. Leute erkannt haben. Sie sind verloren. Leute поняли, dass sie die Erdogan bien galt. Das ist der Urzustand des Menschen. Das ist der Urzustand des Menschen. Toleranz ist, alle sind freundlich, alle sind lieb, alle sind richtig, alle sind gut. Aber diese Glauben ist, ich bin verloren, ich muss gerettet werden, ich nutze in спасen. Was müssen wir tun? Gar nichts. Gott liebt euch, wie ihr seid. Nein. Tut Buse. Tut Buse. Nicht glaubt an Buse, sondern tut das. Aber das ist Buse. Was ist Buse? Buse ist umdrehen. Buse ist ein Buse. Ein Buse hat gesagt, er hat gesprochen über Buse. Er hat gesagt, er hat gesagt, er hat gesagt, er hat gesagt, er hat gesagt. Muss man das geschehen? Muss man das tun? Und nicht? Er hat gesagt, er hat gesagt, er hat gesagt. Er hatte einzelne Stunden gesprochen. Und niemand hat das verstanden. Dann kommt, auf die Bühne. 분多ert пытается auf die EEG. この Szen discute. Ich gehe in die Hölle. Ich gehe in die Hölle. Ja, ich gehe in die Hölle. Und die Ordner wollten, dass ihn runter holten. er will, dass er ihn so sielt. Komm, komm, runter. Und er fragt, ich gehe die Hölle. Und er fragt, warum soll ich in die Hölle gehen? Warum soll ich in die Hölle gehen? Nein, ich gehe nicht in die Hölle. Er fragt, meine Damen und Herren, das war Bekehrung. Das war eine neue Richtung, nicht ein bisschen, sondern umdreht, sondern umdreht, der alte Apostel Petrus sagt zu den Juden, er sagt, ihr geht in die falsche Richtung, das ist wie bei deinem Navigerator, das ist wie bei deinem Navigerator sagt. Kennt ihr diese nette Dame, die die nächste Gelegenheit umdreht, der sagt, die nächste Gelegenheit umdreht, du gehst weiter, sie sagt, sie bitte umdreht, das ist bekehrung, und das Wort Navi, und das Wort Navi, wir benutzen das Navi, Navi, das ist ein hebräisches Wort. Navi, das ist ein hebräisches Wort. Navi, das ist ein hebräisches Wort. Und das heißt Prophet. Das heißt Prophet. Das heißt Prophet. Jetzt kennst du hebräisch, ein Wort, ein Wort, ein Wort ist Alleluia, und jetzt weiß ich ein zweites Wort, Navi. Das heißt Navi. Das heißt Navi. Und der Prophet sagt umdreht. Und der Prophet sagt umdreht. 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 Das ist zum ersten Mal übergeben worden. Das ist zum ersten Mal übergeben worden. Und was noch? Du musst. Und lass dich jeder taufen. Und da brestig. Es ist kein jeder aus dem Mann. Nicht lass deine Kinder taufen. «Не крести своих детей, sondern lass dich taufen, но сам крестись. Единственное, которое мы можем крестить, это мы, себе. Это обещание, говорит Петр, интересно, это для вас обещание и для детей ваших и для всех, которых Господь Бог еще позовет, которые еще далеко. Это те, которые были в Омске тогда, которые были в Барнауле, далеко от Иерусалима тогда. Это нас не касается. Мы не в Иерусалиме. Мы живем далеко. Зачем нам креститься? Те, которые далеко. Те, которые были там, следующие поколения, и те, которые живут далеко, во Франкфурте на Майне. Что это за вера? Креститься. Потому что крещение это обозначает смерть старого человека и воскрешать с ним и стать новым человеком. для вас, для ваших детей и для всех, которых Господь еще призовет. И тогда вы получите дар Святого Духа и за эту веру подвязаться. сколько кров было пролито. Десяток тысяч утопили под водой, пока они не умели. Не только католики это делали, и лутеране, и лутеране об этом говорили, что надо так делать. Вопрос крещения это основание, твердое основание. И Юда говорит, это наше спасение. Крещение это часть спасения. Да. Потому что, когда человек не послушен, хотя он слушает, что нужно креститься, да, я покаялся, а креститься не надо. Я уже крещен Духом Святым. Да, дом Корнелии тоже был крещен Духом Святым. Не надо вор на крещение. Нет. Петр сказал, они müssen сейчас и sofort Петр сказал, сейчас, прямо сейчас надо крестить их водой. Я только один раз прямо повелел кому-то, чтобы креститься. это один сотрудник наш. Уже крещен Духом Святым. Я сказал, а сейчас ты должен креститься водой. Почему? Бог уже залог дал тебе. Он уже награждал тебя. и если кто-то получил уже залог, тогда ему как бы уже не надо работать, если денег уже получил. Нет, он принял, поэтому тем более он должен. поэтому каждый, кто крещен Духом Святым, будь такой, покайтесь, креститесь и примите дар Святого Духа. Может быть, здесь кто-то сидит и думает, Сарачук, мы это уже слышали. И сейчас ты специально приехал нам это сказать? Да. И знаете почему? Потому что Иуда говорит, я чувствую наше спасение в опасности. В опасности. И он говорит, как однажды Израиль был спасен из Египта, так и второй раз бухг их наказал, потому что они не пребывали в истине. Хер zu, 3, мы читали третий стих, кемфет истинно, вкрали кто вкрадет, кто вкрадет, тот, кто знаком с тем, кто стоит возле двери, ну, пустите, мы друзья, ну, ладно, давай, Die sind drin, aber eingeschlichen, aber ich muss sagen, diese Botschaft brennt mir im Herz. Ich möchte sagen, diese Botschaft brennt mir immer wieder etwas Neues. Zum Beispiel, ein guter Freund von mir, ein Theologischer Student, ein fantastischer Redner. Wir haben miteinander evangelisiert, und dann ist er Pastor geworden, hat ein Buch geschrieben über die Taufe, die Kindertaufe steht nicht in der Bibel. Das ist total falsch. Und dann wollte er Pastor werden. Und dann muss er Kinder taufen. Und dann hat er gesagt, Siegfried, wie kannst du das machen? Wie kannst du das machen? Soll ich dich vom kleinen Pfingst-Prädiger kritisieren lassen? Er sagt, nicht принимай kritik von der kleinen Pfingst-Prädigen der Kirche? Nein, das ist natürlich nicht. Ich sage, nein, nicht. Aber du hast doch erkannt. Und du hast doch erlebt. Und du hast es, wie kannst du das? Okay. Okay. Ich sage, in der Zeit, in der Zeit, in der Zeit, in der Zeit, in der Christlichen Zeit, okay. Und du hast doch er, in der Zeit, in der Zeit, in der Christlichen Zeit, in der Zeit, in der Zeit, in der Christlichen Zeit, Professor Doktor, schon sagt, Alle Gemeinden, alle Pastoren müssen Busser tun. Sie haben nämlich gegen die Homos gesprochen und geschrieben. Потому что они писали и говорили против гомосексуалистов. И они за это должны каяться. Что они огорчили таких людей. Иисус никогда не проповедовал против гомосексуализма. Ну да, правильно. Где написано, что Иисус был против таких людей? Значит, простите, мы зря вас обвиняли. Где написано, что Иисус проповедовал против них? Какая Библия Иисуса была? Из какой Библии он проповедовал? Из Ветхова Совета. И знаете, Иисус сказал, ни одна буква. Ни одна буква меняется. И мы знаем, что Ветховый Совет действительно говорит о гомосексуализме. И у Иисуса не было посланий к римлянам. И Павел тогда еще не был. Но кто больше ясно проповедовал против гомосексуализма, чем Иисус? Потому что когда он проповедовал про Содома и Гоморрой, и тут он не говорит, дорогие Содомитяне, мне так жалко, что Бог вас так наказал. Видите, как легко отклоняться от пути? Подвязаться. Братья, подвязаться надо. Сестры, подвязаться надо. Матери, подвязайтесь. Не за вашу, за свою веру, но за ту веру. Еврея 6, послание Евреям 6 глава, начало веры, это покажется от мертвых дел, а потом вера в Бога, а потом о крещениях. Кемпфет подвязаться за ту веру. Потому что те, которые вкрадывались, для них уже определен, они вкрались, некоторые люди из древня предназначены к всему осуждению нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, отвергающие единого владыка Бога и Господа нашего Иисуса Христа. из древня предназначены к всему осуждения. Когда ты допускаешь людям вкрадываться, тогда у тебя будет больше народа. О, так много людей. Смотри, у коллеги столько людей в церкви, а у тебя так мало. Нам тоже немножко ворота немножко больше открыть. Один проповедник 50-нический в Германии сказал, мне нужно так широко открывать двери в церкви и порог должен быть такой низкий, чтобы любой человек может войти. Это уже не вкрадываются люди, они уже заезжают. Вот мы живем в такое время. Почему это проповедовать? Вам, пасторам. Почему? Мы должны вернуться к евангельской вести. Есть интересное такое пример. Я написал новую книгу о Неемеем. И как бы мы заказали, чтобы сюда пришел, но может сегодня будет. И там вы читаете эти цифры? Неемея hatte 284 левитов. У Нееме были 284 левитов. Это были люди, которые пели в хоре, играли в музыках. И он был радостный. Смотрите наше церковь. Какое прославление. И люди говорят, я туда пойду, потому что там такое хорошее прославление. Но Нееме заметил, что там все войдет в Иерусалим через ворота. Египтяне заходят и они несут свой чеснок и свои грязные рыбы и еще всякие. И даже в субботу они приходят. Бизнес. И хор чудесно поет. И он спрашивает воротники, почему они зашли? Мы не сможем. Что говорит? Вы не справитесь? Да, нас только 172 воротников. А столько воротов и днем и ночью надо охранять. 174. Нееме говорит, я знаю, откуда взять. Кто красивее всех поет, кто громче всех поет, давай, стань возле ворота и смотри, чтобы в Ярусалим грязь не вошел. Братья, что не вошел в в нашей церкви танцуют, мирская музыка, мирские практики, моды, порванные брюки. в Библии написано, чтобы мы разорвали свои сердца и не свою одежду. Амин. Амин. тринадцать. И мама мне еще дала, что ты опять порвали брюки. Так? Сегодня радуются, гордятся. Ну, ладно, не это важно. Молодежь так хочет. И так все входит в Ярусалим. И Nehemiah берет из группы прославления и делает их воротниками. Амин. Что входит в наши церкви через песни? И ложные учения, которые не связаны с Библией. Красивая мелодия, красивый ритм. Я очень люблю прославление. Но смотрите, что поем, что вкрадывается, подвизаться за веру. Мы поняли? Для меня это послание Иуде очень важное пророчество для последнего времени. Иуда очень хорошо понимает. Он говорит, что Израиль, народ Божий спасенный, когда они были непослушными, Бог их наказал. А потом он говорит дальше, и Англи, Божие друзья, Англи, Англи же, они же защищены, их не трогать. Они не пребывали в том. И они были наказаны. И они были брошены в погибель. И сейчас он говорит, а вы как думаете? А что вы думаете с вами будет, если Бог не пожалел Израиля, если Бог Англи не сохранил, а вы кто? Брюдер, это серьезно, для меня предупреждение подвязаться за веру, за ту веру. Скажи, за ту веру, за ту веру, раз навсегда передано. Раз навсегда. Поэтому Библия говорит, небо и земля пройдут, но слово мое нет. Понимаете? Раз навсегда. Есть что-то, что менялось. Наша мода поменялась, наша пища менялась, погода меняется и много чего. Все меняется, это не так важно, но вера, которая спасает нас, она не меняется. Нет актуальной веры, реформированной веры. И через доктора такого-такого у нас появилась новая вера. Епископ такой-такой сказал, что сегодня вот так и так. Помни Иуде, брат Иисуса, который знал Иисуса, у нас это самое важное, что он хотел сказать, он нам и написал. Интересно, что конец этой главы, 20 стих, Иисуса, вы возлюблены, назидая себя на святейшие веры ваши. ты тебе нужны на этом фундаменте. Тебе нужно назидать или созидать свой дом на этом фундаменте. один kann einen anderen grund legen außer den der geleгт ist. И никто не положит другого основания, кроме положения. Аминь. Я читаю с 20 по 23 А вы возлюблены, назидая себя на святейшие веры ваши, моля с Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. И к одним буди милостивым рассмотрением, а других страхом спасайте и строгая из огня, обличайте же со страхом гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Аминь. Erbaut euch. Назидайте себя. Беварт euch. Захраните себя. Ретт Райс aus dem Feuer. Вы вытащите из огня. Некоторые уже немножко черными с вами. Они уже слишком привыкли к огню мира. И пока еще не сгорели, спасайте и строгая из огня. Das ist der Grund, warum wir die konferenzen machen. Das ist das warum wir проводим solche konferenzen. Warum wir solche konferenzen проводим. Vielleicht hast du schon den Feuer geruch der Welt. Может у тебя уже запах мира. Vielleicht bist du schon am lagerfeuer wie Petrus. Может ты уже возле огня wie Petrus сидишь. Und bist in Gefahr Jesus zu verraten. lasst dich rausreißen. Pastoren, lasst euch rausreißen. Bratia, älteste, lasst euch rausreißen. позволять вытащить себя из огня. От огня этого мира. Aus der Okumenie. Aus dem Toleranten. Alle sind gleich. alle sind gleich. Ob Mohamed, ob Mahomet, noch 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 für den glaube. Es ist die die Veren. Dennis, wenn du nicht dagegen bist, dann möchte ich das für beten. Dann ich möchte, dass wir молились. Ich möchte, dass du, bevor du betest, betest. Ich möchte, dass du, bevor du betest, betest. Deshalb wird du, wenn du, bevor du betest, dass du, wenn du jetzt etwas entdeckt bist, also jemand, der schon bald in den Brunnen bist. Nichtnie black, jetzt nicht ganz schwarz, Und wenn die Bibel sagt, reiß dich raus, wenn wir reingeschlichen sind, und du fragen musstest, wo ist deine Eintrittskarte? Bist du wirklich getauft? Getauft im Heiligen Geist mit den Zeichen von Sprachen, Reden und Geistesgaben. Wenn nicht, komm raus, komm raus, lass dich raus. Frag den Herrn, zu wem soll ich gehen? Und ich möchte euch bitten, dass wir ganz persönlich sind. Wir wollen jetzt aufstehen. Und ihr habt die Freiheit, euch zu bewegen. Geh zu jemandem. Und sprich mit ihm. Hilf ihm. Zurück zu kommen zu dem Glauben. Für die Freiheit, die uns in den Himmel bringt. Die Bibel sagt, dass Gott uns bewahren kann. Biblia sagt, dass Gott uns bewahren kann. Und so endet der Juder's Brief. Und so endet der Juder's Brief. Er ist möglich, uns zu bewahren. Er ist möglich, uns zu bewahren. Er macht uns verantwortlich. Aber wir müssen die, die, die rauszureißen. Die, die rauszureißen. Die, die rauszureißen. Aus dem Feuer rauszureißen. Aus dem Feuer zu kommen. Es ist nicht nur physisches Feuer. Es gibt eine ewige Verdammung. Es ist eine Ehrlehrer. Es ist eine lawyer. Wenn man einmal bekehrt, ist immer bekehrt. Und wenn man einmal bekehrt, ist immer bekehrt. Es kann nichts mehr passieren. Es ist nichts mehr passieren. Du bist getroffen und versiegelt. Nein, die Bibel sagt, dass du aus dem Feuer verhinskert. Wir wollen eine Zeit nehmen, wo du handeln kannst, und wenn du Hilfe brauchst, dann komm nach vorne zu den Brüdern, und sag, betet für mich. Aber besser wäre, wenn jemand zu dir kommt, wenn jemand zu dir kommt, wenn du ihn ihn hörst, wenn du ihn ihn hörst, im Namen Jesu. Wir bitten Sie.